also bei dir würde das ja alles klappen so wir könnten könnten ja theoretisch hier noch ein bisschen aufräumen da hinten ging es ja weiter da hinten war ja auch wieder so endlos höhle so wie es halt immerhin krieg höhlen zu finden die einfach endlos gehen so da haben wir das auf jeden fall und dann würden wir jetzt gerade bin ich sehr räusperig so den und den würde ich jetzt eigentlich weg machen genau und dann würden wir mal weiter gehen der muss weg da ist in ordnung da ist auch in ordnung dann können wir hier noch ein stück hoch ich finde es immer witzig wie sowas halt ausartet diese dinge einfach immer so also so baustellen bei mir arten immer so dermaßen aus einfach weil ich halt einfach nur gucken will oh was gibt's denn hier schönes oh was gibt's denn da schönes oh was haben wir hier feines oh genau hier wollte ich ja dann auch eine kiste hinhaben das heißt du bist du und dann können wir hier auf jeden fall schon mal das ganze gezuppel hier weglegen dich und dich vielleicht auch wollte ich noch einen ofen bauen eigentlich kiste kann man auch noch reintun ofen können eigentlich auch bauen so dieses ganze rüstungs gezuppel können wir da weg machen das schwert kann man eigentlich auch weg machen den schratter behalte ich gerade mal das behalte ich vielleicht auch mal aber das kommt woanders hin und jo ich glaube da haben wir alles oder können wir ins inventar gehen und sagen zack zack fackeln haben wir genug steine haben eigentlich hier so dann würde ich das so machen können wir hier die steine zurücklegen haben wir wieder einen ofen können wir hier sagen 67 überhauen dahin können wir dann noch die kohle rein tun die wir hier zufällig gerade haben und dann können wir theoretisch da auch schon wieder schmelzen das möchte ich aber gerade gar nicht und dann würde ich jetzt hier eigentlich sagen wollen so hälfte 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 und hälfte so drei vier fünf sechs sieben acht neun noch mal die und dann haben wir sogar noch sechs sehr unglaublich so und dann würde ich die vielleicht so weit es geht alle nehmen dann haben wir da stühle hin also stufen Stufen. So, das waren dann hier die 7. Bam, bam, bam. So, dann waren wir da eigentlich schon mal durch. Da können wir hier einen Weg außenrum eigentlich machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Was wir hier jetzt machen ist, wir könnten den eigentlich noch ein bisschen weiter reinschieben, aber auf der anderen Seite, was soll das? So, genau. So, dann würde ich da mal gucken, kriege ich euch weg. Nein. Dann muss ich euch so wegmachen. Wunderbar. Und dann würde ich vielleicht hier mal sagen, den Schotter nehmen wir natürlich mit. So, und wie gesagt, also eigentlich, eigentlich ist es ja bloß unterirdische Gezuppel. Eigentlich muss man ja gar nichts groß machen. Also, wir müssen da ja nicht groß Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten oder sowas nehmen, weil es ist ja eigentlich wirklich nur ähm, Mine. Ich meine, ich, ich lege da schon immer so ein bisschen mehr drauf, dass es alles nicht ganz so scheiße aussieht. Aber auf der anderen Seite, eigentlich ist es total egal. So. Und was wir hier jetzt halt noch machen können ist, wir können sagen, du kommst weg. Genau. Zack, zack. Und dann kommst du weg. Zack, zack. Und dann können wir quasi hier hinten sagen, ja. Und hier vorne können wir halt uns überlegen, so, also das eine, was ich jetzt halt machen wollen würde, wäre erst mal zu sagen, wir kommen hier rein, legen uns da eine Fackel zu. Und dann würde ich ganz gerne mal von der anderen Seite da gucken. Okay, da ist ein Monster, das will ich jetzt eigentlich... Okay, also wenn ein Schwert alle ist, dann wird es nicht nachgeladen. So, das heißt, es sollte ich manuell machen. Tschüss. So, und in der Theorie können wir da hinten ja weitergucken. Also in der Theorie können wir jetzt natürlich sagen, okay. Ich schau mal, wo das da hingeht. So, dann muss der hier weg. Und der muss weg. Der und der muss dann auf jeden Fall auch weg. Der und der muss sowieso auch weg. Okay. So, der muss weg. Dann kann man hier sagen, bäm, 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 bäm. So, dann musst du hier reingehen. Du musst da reingehen. So, was haben wir hier? Ja, das passt. Das wird nicht mehr lange passen, wenn wir hier quasi, sagen wir mal, heute bin ich aber echt sehr räusperlich. So, den muss man wegmachen und den müssen wir wegmachen. Dann kann man den noch wegmachen, den da, den da und den da und den da und den da. So. Was ich jetzt halt wirklich nicht habe, ist eine Ahnung, wo das hier hingeht. Vielleicht soll ich nicht draufstehen. Okay. Machen wir den wieder zu. Machen wir den mal wieder weg. Und dann können wir ihn wieder zu machen. So, und dann würde ich vielleicht mal was essen. Gut. Und dann kann man dich eigentlich auch wieder zu machen, ne? Tschüss. So, und dann können wir hier eigentlich durchgehen. Und da geht's sogar runter. Der ist ja gar nicht schlecht. So, und dann können wir hier wieder Fackeln an die Wand bringen. Sieht mir aber sehr einbandstraßig aus. Okay. Aber immerhin gibt's hier Ressourcen. Die wir alle aus der Wand strippen können. So, dann kann ich hier sagen, du und du. Bam. Hier rüber. Alles klar. Und hier hinten würde es ja auch weiter gehen. Aber halt eben anders. Eher so und so und so und da hinten auch und so ach, da oben geht's auch noch weiter. so. wo geht's denn da hin, bitte? Hey. Kommt man da irgendwo hin, wo wir schon mal waren? Sieht nicht so aus. Hier haben wir zumindest eine Sackgasse. Von da oben käme mal wahrscheinlich runter, genau. Von da hinten kann man wahrscheinlich. Äh, okay. Ich würde da gerne wieder hoch. Das machen wir hier wahrscheinlich so. Okay. Und dann würde ich ganz gerne hier rüber. Nein. Bleib hier, mein Freund. Dankeschön. Habe ich da unten jetzt gerade wieder ein Monster gesehen. Ich hoffe ja nicht. So, und dann würde es da wieder runter gehen. und äh. So, machen wir hier mal Licht. Machen wir da mal Licht. Machen wir da mal Licht. Licht. Da geht es nicht weiter. Das ist gut. Okay. Und dann müsste ich mir vielleicht merken, dass ich da wieder raus will. Und zwar in welche Richtung? In die da, oder? Ha. Okay, ich habe es wieder geschafft, mich zu verlaufen. Aber ich kam ursprünglich von da oben. So, dann kam ich von da, dann kam ich von da, dann bin ich hier irgendwie runter. Da oben ist Schotter, das Miesmonster ist weg. Dann bin ich wahrscheinlich von da hinten irgendwo gekommen. Da unten würde es weiter gehen. So, tschüss. Jetzt habe ich gerade gedacht, da ist wieder so ein spooky. Okay. Gut, also da waren wir dann auch schon. Die hier nehmen wir gleich mit. Da fackeln wir gar nicht lange. Okay. Dann gehen wir wieder hierher und dann gehen wir mal da rein. Da ist zu. Das ist schön. エ feature. Das ist und dann und dann die cuote,